Hier ein Hack für Ebay Kleinanzeigen. Wie du die Artikel am günstigsten bekommst, ich erkläre es dir. Du brauchst 3 bis 5 Wegwerf-E-Mails, damit erstellst du dir Fake-Accounts. Dann machst du auf das gewünschte Produkt lächerliche Preisangebote, wirklich, die unter aller Sau sind. Und dann bietest du ein einigermaßen annehmbares Angebot mit deinem richtigen Account. Und der Verkäufer wird automatisch denken, oh ich habe so lächerliche Angebote bekommen, dann nehme ich das Angebot besser an, bevor ich es gar nicht wegbekomme. Für mehr Lifehacks, folgt mir und klickt auf die Links in meiner Video.